Ja, Hallöchen! Hier bin ich wieder, euer SlupyJoe2009. Ja, ich würde jetzt mal sagen... ...nachdem wir letztendlich mal auf Monkey Island angekommen sind... ...und wir ja leider Gottes... ...nur noch... ...56... ...leider Gottes... ...44% des Spiels übrig haben... ...würde ich mal sagen... ...dass wir... ...mal gucken, ob wir... ...Bletchak finden... ...beziehungsweise Elaine... ...ich habe mir ja sagen... ...nachsagen lassen dürfen... ...dass ich ja das Ganze ein bisschen zu zackig runterratter... ...ähm... ...ich entschuldige mich dafür auch schonmal... ...liegt aber einfach Gottes... ...ähm... ...ehm... ...klingt blöd... ...ähm... ...klingt... ...ja... ...oh... ...lelelelelelele... ...liegt aber einfach daran... ...dass ich das Spiel... ...mehrere Male im alten Stil noch durchgespielt habe... ...ähm... ...ich kann euch aber etwas beruhigen... ...dass wir jetzt auf der Insel ein bisschen länger benötigen werden wahrscheinlich... ...und im zweiten Teil... ...den ich direkt im Anschluss dann mal anfange... ...werden wir richtig lange brauchen... ...weil ich das... ...den zweiten Teil so gut wie... ...gar nicht gespielt habe... ...aber nichtsdestotrotz... ...wir fangen jetzt einfach mal wieder an... ...auf Monkey Island... ...so... ...dann... ...das haben wir schon durchgelesen... ...blöde Nase... ...da haben wir ein Ruderboot... ...da haben wir ein paar riesige Felsen... ...ne Banana... ...nimm mal die Banana... ...nimm... ...banana... ...so... ...geht so leckere saftige Bananen... ...ja ich hätte ja gerne mal jetzt... ...schau das schon lecker auf... ...aber ein bisschen groß... ...das ist ja fast größer als mein Kopf... ...naja... ...ok... ...dann schauen wir mal... ...was gibt es denn hier noch alles... ...Strand... ...Strand... ...noch mehr Strand... ...dann gehen wir mal in den Dschungel... ...oh Gott... ...da ist ein Äffchen... ...Hallo Äffchen... ...ja was willst du mir denn zeigen... ...ja was willst du mir denn zeigen... ...ja was willst du mir denn zeigen... ...Lift... ...naja gut... ...Spalte... ...ähh... ...ja da geht's tief... ...inhalb da ist ein Ästchen... ...garf diese Baustur... ...ja da kommen wir glaube ich... ...so nicht hin... ...ach ne da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen... ...bist du nicht... ...Inspector Gadgets... ...naja was haben wir denn hier noch... ...Waffe... ...und hier noch irgendwo was... ...was haben wir denn... ...ausgetrocknetes Fluss... ...bitte... ...ne... ...ne... ...und... ...und... ...was ist mit ihm passiert... ...was ist mit ihm passiert... ...können wir da irgendwie hin... ...nimm... 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 ...und... ...die... ...und... ...und... Es ist sehr heiß hier. Sehr heiß. Nein. 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 Was heißt GP? Also ich merke schon, die haben eine richtig nette Brieffreundschaft. Gehen wir mal da noch ein Ziffer. Auf die Monkeisland Cannibals. Bitte stoppen sie. Es ist delicatlich gebalanced. Herman Toothrop. Was ist, wenn ich den jetzt durchdrehen will? Primitives Kunstwerk. Kann man den schieben. Oder benutzen. Oh. 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 Wieso haut der eigentlich immer gleich ab? Ich versteh das nicht. Kannst du da hier gucken? Okay, können wir den schieben? Oh oh. Puh, du siehst. Aber ich glaube, wir müssen mit dem Stein... Hä? Ja. Mr. Toothrot. Bitte entfernen diesen gefährlichen Objekt. Lemonhead hat ein Rock auf den Schliff von oben, und hat fast jemanden verletzt, der einen Schlag auf dem Bananen-Tree auf der Südbeer. Die Cannibals. Ui, den treffen wir, den treffen wir. Bananenbaum. Probieren wir halt mal alle Stellungen aus. Ehm, können wir uns da so ein Steinchen klauen? Ehm. Ehm. Ja, also ganz unauffällig einfach mal da hinlegen, genau. Dann schieb den doch mal. Der ging doch vorbei. Das ging doch hundertpro vorbei. Oder? So. Ähm. Wie sind wir da drauf gekommen? Ah, da. Geht mal rum. Ja. Da lang geht die. Hier lang. Hier lang. Da lang. Dann hier lang. Schauen wir mal. Jetzt kontrollieren wir mal. Ja. was. Nein. Dann da runter. Tatsache. Wir haben echt ein paar Bananenchen runter geholt. Wurscht. Die nehmen wir auch gleich mit. Nehmen wir die schon hier an. Wo hat jetzt dieser Toob Frott, oder wie auch immer der heißt, gewohnt. Irgendwo beim Vulkan. Guck mal. Ah. 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 Kann man hier irgendwo drauf. Geht das auch ein bisschen. Chakika. Ah. Fort. Ja. Er fuhr fort. Und kam. Ja. Dann nehmen wir uns. Wir vergewohltätigen uns jetzt hier mal an seinem Lager. Da ist dann immer mit. Da ist dann immer mit. Dann. Das ist dann immer mit. Das scheint nicht zu funktionieren. Ähm. Es scheint nicht zu öffnen. Nein. Acht. Da sind die drüben. Schönes Spiegel. Es sieht einfach wie... Sei. Wo ist meine Spiegel? Oh, perfekt. Ich bin fünf Minuten. Und jemand kommt hier und schrebt etwas mehr auf den Boden. Ähm. Natürlich, ich glaube, dass du nichts mit dir gemacht hast. Ich bin sicher, dass es nur ein Coincidence kommt, dass du hierherst, Ich habe einen Affen weggegesehen. Warum nicht? Wie sind sie hier gestrandet? Sind sie hier ganz allein auf der Insel? Aber ich spreche nicht mit ihnen. Sie sind Cannibals, aber sie sind nicht gefährlich. Unless du ihnen etwas lendest. Ich bin Guybrush. Ich will hier etwas retten. Ich bin Guybrush. Ich bin hier, um jemanden zu retten. Well, hier bin ich. Ich bin glücklich, dass du mich kamst. Ich bin glücklich. Aber du bist ein bisschen früher. Du findest, dass die Bücher über die Bücher überlebt ist, wird ziemlich groß sein. Los geht's! Um... Das ist nicht genau das, was ich gesagt habe. Ich bin hier in der Nähe von der Gouverneur von Melee, der wurde ein Geist. Oh, gut. Ich bin nicht glücklich. Ich mag es hier. Die Reine auf meinem Kopf, der Wind auf meinem Bein, der Wind auf meinem Kopf. Ähm... Well, vielleicht könnte ich dich auch zurücknehmen. Aber ich muss den Gouverneur erst zu retten. Ich glaube, sie ist auf dem Geist. Untergrund. Oh, okay. Hm... Was ist mit ihren Hosen passiert? Was ist mit deinen Hosen passiert? Welche Hosen? Hm, okay. Haben sie den... Haben sie den... ... ... ... ... ... ... ... ...